Und damit willkommen zu Tiberian Sands Forgotten Dawn. Ja, wir sehen jetzt mal die andere Sichtweise. Wir spielen das mal die Vergessenen. So, da muss man das Bild hier wieder rein machen. So, ich klicken auf 2 und man kann auf 1. So. Jetzt ziehen wir es hier so durch. Komm, ich komm, ich komm. So, das ist auch während der Zeit, wo auch Kabal am rumwüten ist. So, man sieht ja schon auf den Bildern, da ist einiges los. So, guck mal, beide mit. Beides wichtige Personen hier. Ich will doch mal behaupten, dass beides die Liederschaft von den Vergessenen ist, gerade die beiden. So, hier ist Kabal anwesend. Kabal überfällt Not während dem Zeitpunkt schon. So, da kommen sie mal mit. Zack drauf, komm. Also sie ist sehr gut, auch gegen Infanterieeinheiten, gegen Lufteinheiten auch noch. So, drückt mal ins Feld rein. So, alles verkaufen. Jawohl. So, ihr guckt mal mit. Jawohl, das müssen wir zerstören. Während des Tests machen sie die beiden umfällig. Hier, packe ich mal auf drei. So, geht mal weiter vor. Ja, schaffen sie locker. Das ist ganz beschissen hier in der Basis. Man muss das verkaufen. Man muss das auch hier oben funktionieren. Okay, nochmal. Irgendwie will das nicht. So, mach dich mal hier ein bisschen breit. Guck mal hier mit hier vorne hin. Oh, das wechseln einfach an hier. Wir sind sofort auf drei, wenn sie... Okay. Hey. Was er immer angreifen will, ne? Ich brauche nachher die mal weg. Bisschen Schwächen. So, wir gehen mal drauf. Ja, bei denen ist der Nachteil, man muss die sehr nah ans Ziel heranbringen, damit sie überhaupt was machen. Weil die machen sonst nichts. So, komm mal mit. So, komm mal mit. Spreng das mal weg. Ganz easy die Mission. Einfach nur das hier sprengen, dann ziehen wir sofort durch. So, ne ist es nicht. Nehmert... Oh, du willst du steh? So, hör'ah. Flex 30. Sekt. hill Knox.